kein drum herum gerede ich bekenne es hier offen vor euch ganz direkt ich bin für organhandel und das ist eine position die ist in deutschland gar nicht gern gesät denn wir haben in deutschland durch das transplantationsgesetz die reglung dass man organe eben nicht handeln oder verkaufen darf sondern halt nur selbstlos spenden und ich halte das für eine sehr 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 schlechte idee und ich möchte jetzt auch erklären warum ich das für eine schlechte idee halte ich glaube ganz intuitiv selbst wenn man eher so ein bisschen freiheitlich unterwegs ist klingt das schon ziemlich hart organhandel und sehr sehr böse und irgendwie bedrohlich und gefährlich und wir verbinden das in unserem kopf ganz spontan zum beispiel mit so ich weiß nicht illegal menschen handeln wo dann so wie zum beispiel in china in den umerziehungslager menschen quasi ausgeschlachtet und ausgeweitet werden damit irgendjemand organe kriegt wir verbinden das sozusagen irgendwie mit organdiebstahl im kosovo krieg gab es sozusagen langen geschichte um systematischen organ raub durch die uchk also diese geschichten kommen uns in den sinn aber wir müssen uns von diesem gedanken ein bisschen lösen denn das meine ich nicht ich meine klassischen organen das heißt ganz einfach ich sage pass auf ich habe eine niere zu viel du brauchst dringend eine niere willst du kaufen und die andere person sagt ja schon und dann vereinbaren wir einen preis und wenn wir uns einig werden dann gehe ich zum arzt er geht zum arzt und dann wandert die niere einmal rüber das meine ich mit organen also wie jeder andere handel auch die bewusste entscheidung dass du irgendetwas verkauft in diesem fall ein teil von deinem körper nun gibt es eine ganze reihe die sozusagen dagegen sind so ein organ handel zu machen und die meisten von diesen argumenten sind klingen sehr intuitiv sind aber eigentlich nicht so überzeugen zum beispiel sagen wir so etwas wie ja gesundheit sollte kein profit machen oder sozusagen wir zum leben und tod geht sollte es nicht um profit gehen und und es sollte sozusagen nicht dem markt unterworfen werden aber das verkennt dass man immer irgendwo gehandelt wird am ende eine kosten nutzen rechnung steht wenn wir menschen retten zum beispiel dann können wir das geld was verwendet haben diese menschen zu retten nicht ausgeben um zum beispiel andere menschen zu retten wenn wir in einem ort ich weiß nicht forschung betreiben gegen eine bestimmte form von krebs können das gleiche geld nicht nutzen um einen anderen ort forschung gegen einen anderen krebs zu betreiben und genauso ist das hier in dem fall auch deshalb ist dieses argument auch wenn das intuitiv sehr nett klingen soll mit uhr bei organen darf es nicht um profit gehen erst mal ein blödsinniges weil profit ist einfach nur begriff dafür dass irgendwer bei diesem tausch handelsgeschäft bei dieser frage um knappe ressourcen und organe sind aktuell in deutschland knapp auch nebenher noch gewinn macht und aus meiner sicht ist das als solches erst mal nichts unmoralisches wenn alle davon etwas gutes haben das heißt im kern bedeutet wenn man sagt organ handel soll nicht nach profit gehen oder so oder das soll es quasi gar nicht geben sondern nur organspende bedeutet das einfach nur dass wir ineffiziente planwirtschaft geschaffen haben denn wenn das privat sozusagen durch die menschen freiwillig geregelt wird dann wird es und genauso ist es in deutschland der handel ist ja illegal organe sind ja wenn dann nur auf den schwarzmarkt zu kriegen wenn überhaupt dann ist es halt eine staatliche planwirtschaft mit allen nachteilen die so eine staatliche planwirtschaft hat und ich halte das für eine schlechte entwicklung eine entwicklung die einbeteiligten menschen schadet es ist eine entwicklung die schadet erst mal den leuten die händeringend sozusagen auf ein organ warten jedes jahr sterben in deutschland rund 1000 menschen weil sie kein spende organ gekriegt haben was sie eigentlich bräuchten zum überleben das sind sehr viele und das ist sehr sehr viel leid und zusätzlich hin kommt kommt noch dass viele menschen nur mit sehr sehr aufwändiger kostenintensiver medizinischer behandlung überleben können wie beispielsweise der dialyse wenn sie sozusagen noch kein organ haben oder darauf warten und natürlich ist auch ihre lebensqualität selbst wenn sie nicht direkt sterben durch sozusagen das fehlen dieses ersatz oder spende organes extrem beeinträchtigt und ich glaube zumindest da beherrscht jetzt einigkeit selbst bei denen sagen die sie finden organhandel per se ganz ganz böse dass das ein problem ist und das problem liegt unter anderem daran dass natürlich jetzt nicht genug organe offensichtlich reinkommen quasi seit es das system der organspende in deutschland gibt ist es ein grundlegendes problem dass das beständig nicht genug organe gibt und das liegt daran dass die leute nicht genug organe spenden weil handeln können sie sehr nicht also müssen sie sie wenn dann spenden und das spenden hat ganz ganz viele probleme dabei zum einen der anreiz also so die motivation oder die die guten sachen die mit organspenden verbunden sind das ist nicht viel eigentlich ist es sogar ziemlich negativ das einzige was dafür spricht dass du organe spendest ist der gedanke naja ich will meinen mitmenschen irgendwie was gutes tun mehr nicht dagegen spricht hingegen zum beispiel so etwas wie dass dein körper dann bei der beerdigung nicht so schön aussieht oder du vielleicht je nach deiner religion nicht vollständig bestattet wirst was auch ein problem sein kann dagegen spricht dass vielleicht deine angehörigen ist auch nicht so schön finden wenn du erstmal noch grundsolide ausgeweidet wirst dagegen spricht dass viele menschen angst haben gerade bei dem organspenden system dass man sich vielleicht auch mal eher schneller für tot erklärt sobald sie so ein organspende ausweis haben dagegen spricht die gefahr von korruption dass deine organe weg korrumpiert werden wir hatten schon einige organspende korruptionsfälle in deutschland was kein wunder ist weil wie gesagt nicht über den markt geregelt es gibt da oft mangel ist es eine staatliche planwirtschaft ergo und wie immer wenn du so ein system hast gibt es leute macht die darüber entscheiden wer etwas kriegt und etwas etwas nicht kriegt an irgendeiner zentralen stelle und die sind natürlich in einer besonders gut position des system zu missbrauchen und zu guter letzt haben wir auch noch das problem dass man ja selber gar keinen einfluss darauf nehmen kann wer das organ kriegt und das ist tatsächlich wenn man genau darüber nachdenken gewisses moralisches problem möchte ich wirklich dass wenn ich tot bin meine leber an den alten säufervater geht der seit zehn jahren seine tochter verprügelt damit er sich noch mal zehn jahre weg saufen kann während er weiter sie sozusagen grün und blau schlägt es könnte ja sein dass das genau die person ist an die spende also eine person die mir zutiefst zuwider ist und wo ich denke ja das verschwendet auch dieses problem kommt halt dadurch dass ich selber keinen einfluss darauf habe wie das mit meiner stelle funktioniert weil große staatliches system was quasi planwirtschaftlich wild umverteilt viel besser hingegen wäre das ganze tatsächlich ein markt man könnte organe handeln dann könnte man zum beispiel organe wie eine versicherung betrachten stellen wir uns mal einen alleinerziehenden vater vor der ist jetzt noch relativ jung und fährt gerne motorrad hat einen sohn der ist ich weiß nicht 13 oder so der später dann einiges geld in der uni brauchen wird jetzt könnte der vater lebensversicherung abschließen das wäre nicht verkehrt um sozusagen sicherzustellen dass für seinen sohn gesorgt ist dass da genug geld da ist damit er uni oder schule besuchen kann er könnte aber auch zum beispiel die organspende nutzen wenn das eben oder in dem fall natürlich nicht organspende sondern organ handeln nutzen wenn er nämlich zum beispiel beschließt wenn ich sterbe dürfen meine organe entnommen werden und dieses organ kostet ich weiß nicht herz kostet 20.000 nieren kosten 5000 je nachdem was halt im tragischen todes verübrigt bleibt und so könnte dann nichts dafür gesorgt werden dass der tod des vaters gleichzeitig a nicht nur im menschen rettet sondern b auch dafür sorgt mit organ handel dass der sohn eine gesicherte auskunft hat für sozusagen seine jugendzeit und eine ausbildung oder vielleicht auch ein studium machen kann von dem geld gleichzeitig sorgt das dafür dass das größte problem überhaupt nämlich der mangel an spender organen reduziert wird denn wie gesagt das große problem ist für deutsche sagen sich das wissen wir auch aus umfragen eine sehr sehr deutsche mehrheit sie können sich schon vorstellen organe zu spenden aber sie kümmeln sich nicht darum wie gesagt was verständlich ist weil es gibt eigentlich quasi keine positiven seiten wenn du aber immer die aussicht hättest dass wenn du jetzt sozusagen durch einen autounfall oder so stirbst dass dann wenigstens bei deinen hinterbliebenen ein bisschen was hängen bleibt dann wirst du wahrscheinlich deutlich motivierter dich darum zu kümmern dass du so einen entsprechenden spende ausweis mit den informationen parat hast und das ist ja noch nicht alles es gibt ja auch eine ganze reihe von organen die kann man tatsächlich relativ gefahrlos spenden leber zum beispiel da sie stark regeneriert nieren das wäre der nächste große vorteil das heißt gerade bei diesen organen wenn sie denn handelbar wären hätten wir nicht mehr diesen extremen mangel und falls jetzt sagt ja gott was ist denn wenn jemand seine eine niere spendet und dann wird er selber krank ist das nicht tragisch dann kann man sagen naja wenn man vernünftigen organen handelt kriegt er dann von irgendjemand anders eine niere wir wissen die meisten menschen kommen sehr sehr gut durch ihr leben mit einer niere das heißt ganz ganz viele probleme würden dadurch gelöst das problem mit dieser starken korruption wäre auch viel geringer denn es wäre ein transparenter markt das heißt es gibt nicht mehr die eine alles entscheidende person die in der staatlichen hierarchie irgendwo oben eingesetzt ist die über leben und tod entscheidet und dementsprechend natürlich von allen bestochen wird so sie es denn können sondern man handelt jetzt halt und das senkt witzigerweise hintenrum sogar die gefahr dass jetzt leute für organe ermordet werden und das ist natürlich eine schlechte sache weil der gedanke ist man könnte jetzt sagen ja okay wenn man organe frei handeln kann dann morden ja alle die nachbarn ab um die auszuschlachten das macht ja nur sinn solange es tatsächlich einen starken mangel an organen gibt sobald aber durch dieses system was starke anreize für die menschen schafft ihre organe abzugeben wenn sie zum beispiel selber sterben bei unfällen wie ich am anfang erläutert hatte mit dem vater wenn dieses system erstmal existiert haben wir auch keinen großen organmangel mehr sprich es lohnt sich dann im verhältnis nicht die nachbarn abzuschlachten um ein paar organe zu entnehmen beziehungsweise es lohnt sich nicht mehr als die nachbarn abzuschlachten um ihm seinen silberschmuck zu klauen als die nachbarn abzuschlachten um geheim zu halten dass der nachbarn einen kredit gegeben hat den man nicht zurückzahlen kann und so weiter das heißt es gibt quasi keinen echten mehrenreiz für verbrechen aber wir haben nicht mehr tausend tote und mehrere tausend leidende dadurch dass nicht genug organe da sind und das wirft jetzt schon die frage auf wollen wir weiter sagen organe das menschlich leben das darf nicht auf profit gehen oder wollen wir sagen naja wenn das deutlich besser ist mit dem organ handel dann machen wir halt organ handel auch wenn wir uns an diesen gedanken vielleicht erst mal gewöhnen müssen und jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen schwer im magen legen mag aber wenn er insgesamt mehr bringt warum nicht schreibt mir mal in die kommentare wollt ihr auch organ handel haben ja nein warum warum nicht und ansonsten abonniert benachrichtigungen an das war max remke von der andere rebell